Sie müssen sich hier sehr wohlfühlen, überall nur Freunde. Es kommt darauf an, wen Sie Freund nennen. Jeder hier hält sich für einen Freund. Aber ich würde keinem vertrauen. Diese Verbrecherbande überträgt Kämpfe live im Internet. Auf der ganzen Welt wetten sie auf die Sieger. Die Polizei? Das machen wir besser nicht. Die Sache kommt bestimmt zu einem Ende. Das ist sicher. Dass ihr euch da unbedingt raushalten müsst, ihr beiden. Die Yi ist nur eine Figur in diesem Spiel. Die Polizei wird auf jeden Fall gefolgt. Die Polizei wird auf jeden Fall geholfen. Vielen Dank.